Hallo Leute, hallo von Andrea Unger, nicht aus Italien, sondern aus Malaysia. Die Petronas Towers sind hier in Kuala Lumpur. Ich bin hier, weil ich eingeladen wurde von der IFTA, die Technische Analyseorganisation für die IFTA-Konferenz 2018. Also ich bin natürlich zufrieden, dass ich hier kommen könnte und mein Vortrag, am Sonntag werde ich das halten, zeigen, ich kann erzählen etwas um meine Erfahrung im Trading-Bereich. Aber es ist auch so wichtig, dass ich das gerne tue, weil ich zu anderen Speakers zuhören kann. Und es gibt einige, die wirklich ein unheimliches Wissen haben und es ist für mich so wichtig, weil ich niemals aufhören will, mich auszubilden. Es ist immer sehr interessant, andere Erfahrungen zu entdecken und andere Ansätze zu hören. Es ist unheimlich wichtig, aus meiner Sicht niemals stationär zu bleiben im Trading, immer neue Ideen zu treffen. Und bei diesen Konferenzen ist das natürlich möglich. Es gibt Leute wie Martin Pring, zu denen ich gerade zugehört habe, John Bollinger, Perry Kaufer. Also Namen, die alle kennen und die haben eine riesengroße Erfahrung über Jahre von Untersuchungen zusammengestellt. Und heute und morgen und übermorgen, also in diesen drei Tagen von der Konferenz, werden sie das weitergegeben. Also ich bin natürlich happy, dass ich einer von den Speakers bin. Aber ich bin noch zufrieden, dass ich zu diesen Leuten zuhören kann und etwas mitbringen kann nach Hause. Möglicherweise neue Ideen entwickeln für meine Zukunft im Trading. Also Leute, ich hoffe, in dem nächsten Video werden sie dann von mir etwas Neues bekommen, weil ich hier in diesem Tag etwas von der Teknischen Analyse Welt kriegen werde. Das war's aus Kuala Lumpur ganz kurz. Ciao von Andrea Unger.